Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sehne. Lass gern dein Like, dein Kommentar und auch dein Abo da. Ich würde mich sehr freuen, denn so können wir als Community wachsen und deswegen lege ich auch direkt los. Ja, mal kurz rausgezoomt, damit ihr auch das ganze Kartenbild sehen könnt. So, dann wollen wir auch gleich sehen, was der Tag für dich bereithält. Und falls du es auch schon gesehen hast, um 18.30 Uhr kommen jetzt täglich Shorts, wo du dir für den nächsten Tag deine persönliche Tageskarte wählen kannst. Ja, wundervoll, oder? Und hier haben wir die Vergebung mit Maria Magdalena. Oh, 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 es wird ein sehr, sehr emotionaler Tag für dich werden heute. Wir haben hier aber Gespräche, die dich in die Heilung führen. Wir haben auch diese Seelenspiegelung, das heißt, du gehst sehr, sehr tief mit jedem Thema, was heute ansteht, was eben auch an diesem inneren Kindthema liegt, was hier sehr präsent heute sein wird. Entweder es steht ein Familienfest bevor, es ist ein wichtiger Tag in der Familie oder eben das Außen schafft es dich dauerhaft in oder an deine Kindheit zurückzuerinnern. Hier liegt auf jeden Fall die Öffnung zum inneren Kind. Dein Emotionsfeld liegt in der Diagonalen der Heilung, was natürlich für dich sehr gut ist, weil du somit tatsächlich jetzt mal auch tief ehrlich mit dir und deinem inneren Kind bist. Das ist insofern wichtig, weil so der Fortschritt generiert werden kann, dass dieses Thema auch tatsächlich gelöst wird und du diese Last ablegst und dich somit natürlich selbst am weitesten bringt. Wenn du aber merkst heute, dass irgendwas deine Stimmung wirklich drückt, dann zieh dich zurück, nimm dir ein bisschen Zeit für dich und wenn dein Kopf wieder klar ist, dann kannst du auch mit anderen Menschen kommunizieren. Aber nutze auch diese Zeit für dich selbst. Sie ist sehr, sehr wichtig, um dich zu finden und zu regenerieren. Heute, nur heute wertschätze ich mich selbst. Passt sehr gut zum inneren Kind. Dieses Erkennen des eigenen Wertes zeigt natürlich auch, dass du in die Vergebung gehen kannst. Ja, also das ist sehr, sehr stark. Ein großes Energiefeld, was sich heute umgibt und auch diese Erkenntnis, dass jeder sein Möglichstes gibt, dass jeder das tut, was in seiner Macht oder ihrer Macht eben liegt. Und somit kann die Vergebung auch leichter vonstatten gehen, weil du verstehst, okay, vielleicht war meine Kindheit nicht immer Zuckerschlecken. Es gibt Dinge, die kann man nicht vergeben, 100%. Aber es gibt auch Themen, wo man sich heute selbst noch höher schaukelt, als sie sind, weil die Wunde eben tief sitzt. Und da kann heute ein ganz, ganz großer Stein vom Herzen fallen für dich und natürlich auch für das Gegenüber dann. Wichtig ist nur, dass man in der Kommunikation offen und ehrlich zueinander ist. Auch wenn es wehtun kann. Vergebung hat auch immer was mit Verstehen zu tun. Und wenn der Gegenpart dann nun endlich auch mal versteht, warum es in dir so eine tiefe Wunde ausgelöst hat, dann kann von beid Seiten auch eine Vergebung stattfinden. Nämlich hier das Erkennen des Fehlers und da eben das Erkennen des Möglichsten. Sehr, sehr stark. Höhere Bildung mit dem Schutzengel. Also, deine Energie widmet sich heute ganz dir, wie es aussieht, was ja auch mal schön ist. Es geht bei der höheren Bildung sehr stark darum, für dich deine Wege zu fokussieren. Was ist jetzt so dein Wunsch? Wo möchtest du den nächsten Schritt machen? Bildung tut man immer ein bisschen schulisch gleichstellen. Es geht aber auch eher darum, Themenfelder zu finden, die dich wirklich passionieren. In denen du wirklich spürst, das will ich. Ja, und genau darum sollte es dann heute auch gehen, während du hier in die familiäre Klärung gehst, dass du für dich überlegst, was ist denn jetzt so mein nächster Schritt im Leben? Bin ich wirklich da angekommen, wo ich schon sein möchte? Oder habe ich noch Ziele? Wollte ich schon immer eine Fortbildung machen, eine Ausbildung machen, egal was? Da kannst du dich heute wirklich nicht nur darüber informieren, sondern die Energie liegt hier so stark, dass du dich dafür auch entscheiden könntest, solltest, um dir selbst entweder auch die Klarheit zu geben. Denn du schiebst dich sehr oft hinten an und denkst an andere. Jetzt solltest du aber im Fokus stehen. Und das ist natürlich sehr, sehr stark. Auch wenn du so ein bisschen Angst hast, dass Geldinvestitionen derzeit schlecht wären, sieht man hier, dass der Vertrag im Positiven liegt und dich in die Heilung führt. Also auch in die Selbstdisziplin. Ja, das passt auch sehr gut. Du bist in die Vergebung. Du bist jetzt bereit für Harmonie und kannst somit natürlich auch die Details im Anderen erkennen. Du wirst aber auch an dir spüren, dass du viel positiver dir gegenüber selbst eingestellt bist. Und so passiert es auch, dass du deine Ziele, die gerade schon wichtig waren, auch viel ernster nimmst als zuvor. Die Energie des Tages soll dich wirklich so schwingen lassen, dass du kommunikativ, geradlinig bleibst. Dass du für dich in deinen Körper, in die Regeneration gehst, aber natürlich auch im Familiären in die Regeneration gehst. Und was hier natürlich sehr, sehr schön geschrieben ist, also dass die Welt ein wundervoller Ort ist, dafür wirst du heute deine Emotionale auch lösen können. Du wirst alle Menschen, die du mit Liebe beschütten willst, heute in dieser tiefen Liebe sehen, wie sie auch in dein Leben gehören. Sei mutig, sagt dein Schutzengel. Und hier haben die sich wohl abgesprochen, denn die höhere Bildung ist ja, ich habe ein bisschen Angst, jetzt finanziell ein Risiko einzugehen. Und was mache ich, wenn das nicht klappt? Hier, deine Ziele, dafür ist gesorgt. Du musst den Blickwinkel deines Lebens verändern. Du sollst für dich selbst, jeden anderen würdest du ermutigen, etwas zu tun. Du sollst dich jetzt selbst ermutigen. Es ist die höhere Bildung, in der du mutig sein sollst. Also der nächste Schritt in deinem Leben, der gemacht werden möchte, hier sollst du Entfaltung spüren. Für dich, für dein Leben, für all das, was du so lange aufgeschoben hast. Oder besser gesagt, auf die Seite geschoben hast, weil du dir nicht wichtig genug warst. Heute wirst du aber spüren, wie diese Wichtigkeit für dein Sein, für deine Wünsche, egal ob Liebe, egal ob es Familie, ob es freundschaftlich ist, ob es beruflich ist, ob es spirituell ist. Du wirst dich ernster nehmen und dich endlich selbst auch mal auf Händen tragen. Heute entscheide ich mich dafür, eine alte Gewohnheit, die schon lange verändern möchte, zu ersetzen. Heute bin ich kein Morgenmuffel, sondern stehe gut gelaunt auf. Ich fluche nicht dem Auto, sondern begegne den anderen Verkehrsteilnehmern mit einem Lächeln. Nur für heute lege ich eine alte, ungeliebte Gewohnheit ab. Und das ist eben dieses an sich selbst Zweifeln oder den eigenen Weg immer wieder kleinzureden. Das heißt, mehr Fülle für dein Leben, weil du an dich glaubst, so authentisch wie noch nie. Und das sollst du nicht nur heute machen. Hier steht nur heute. Natürlich, wenn du dich darauf konzentrierst, wird es nur heute sein. Wenn du dich morgen auch nochmal darauf konzentrierst, wird es nur morgen sein. Aber irgendwann lebst du diesen Flow und dann musst du dich darauf gar nicht mehr konzentrieren, sondern du bleibst positiv und veränderst all das, was dich nicht zufriedenstimmt. Und das hast du dir verdient.